Es war schon immer so, unser Pyroherz brennt Dezember, Rauch steht auf Straßen wie Gangster. Wenn die Tüte in der Hand meine Kinderträume trägt und ein Blitzknall gewinnt. MD5Works, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute im Test die Sputniks von Leslie. Richtig brutaler Pfeifaufstieg, Heulaufstieg. Und ja, dann zünden wir die beiden, die jetzt noch hier drin sind. Was die auch hier vorne machen. Ist ja egal. Ich zünde mal später im Dunkeln und noch welche, die kann ich dann auch hier reinschneiden. Ich liebe diesen Ausstieg. Das sind schon meine Lieblingsbombenrohre mit den Screenshots. Also Screenshots von Salud und die einfach vom Effekt. Sehr geil. Kaufempfehlung geht raus, das war's damit. Jetzt ein Sputnik von Leslie in grün. Mach an. Das war's damit. Mit dem Video, like das Video, abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann tschau und bis zum nächsten Video.